Der Imperator der Menschheit ist die Schlüsselfigur in der Welt von Warhammer for Decay. Der stärkste Psyoniker des Universums. Ein Mensch mit unvorstellbarer Macht. Auch wenn er wahrscheinlich mächtig am Stinken ist aktuell. Wie riecht ein Mann, der 10.000 Jahre vor sich hingammelt. Aber heute soll es nicht um den Aufstieg und den Fall des Imperators gehen. Darüber habe ich bereits einige Videos auf diesem Kanal. Nein, heute geht es um den Charakter, die Ziele und vielleicht die Fehler des Herren der Menschheit. Und ein Fehler ist es, diesen Kanal hier nicht zu abonnieren. So wie 70% der Leute, die meine Videos schauen. Es ist schon besser geworden, keine Frage. Aber da ist noch Potenzial nach oben. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr ja noch die 50%. Das bedeutet jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Dankeschön und viel Spaß. Der Imperator wird oft als wohlwollender Visionär dargestellt. Er strebte danach, die Menschheit aus dem dunklen Zeitalter der Technologie und den darauf folgenden Jahrtausenden der Barbarei zu führen. Seine Vision war es, ein Imperium zu schaffen, das auf Vernunft, Wissenschaft und Fortschritt basiert. Frei von den Ketten des Aberglaubens und der Unterdrückung durch übernatürliche Mächte. In vielen seiner Handlungen zeigte er eine tiefe Sorge um das Wohl der Menschheit als Ganzes. Und seine Ziele waren stets darauf ausgerichtet, das Überleben und die Blüte der Menschheit zu sichern. Auf der anderen Seite war der Imperator dadurch aber ein äußerst autoritärer Führer. Auf jeden Fall bei dem, was man weiß. Man muss dazu sagen, beim Imperator, er hat in der Vergangenheit der Menschheit, also seit er lebt, die Rollen von sehr vielen verschiedenen, ja auch berühmten Persönlichkeiten angenommen. Zum Beispiel Alexander der Große. Wer könnte es noch alles gewesen sein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und hat dadurch, ja, die Geschichte der Menschheit so ein bisschen verändert. Aber, ja, im Jahre 30.000 ist das Ganze nicht viel besser geworden. Er glaubte fest daran, dass Einheit und Stärke nur durch strenge Kontrolle und klare Hierarchien erreicht werden könnten. Diese Überzeugung führte dazu, dass er oft sehr harte und unnachgebige Maßnahmen ergriff, um seine Ziele zu verfolgen. Er zeigte wenig Toleranz für Abweichung oder Widerspruch und erwartete absolute Gehorsam von seinen Anhängern. Jetzt, wo ich mein Skript so lese, vielleicht war er in der Vergangenheit auch ein Maler aus Österreich, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Diese strenge Haltung machte ihn in den Augen vieler zu einem Tyranden, dessen Herrschaft durch Furcht und Zwang aufrechterhalten wurde. Ja, es ist eindeutig. Es gibt Hinweise darauf, dass er in gewisser Weise von seiner eigenen Macht und seiner Rolle als oberster Herrscher des Imperiums eingenommen war. Seine Bereitschaft, große Opfer zu bringen und gnadenlose Entscheidungen zu treffen, könnte als Zeichen von Machtbesessenheit interpretiert werden. Andererseits könnte man aber auch wieder argumentieren, dass diese Entscheidungen aus einer tiefen Überzeugung herausgetroffen wurden, dass nur er die Menschheit vor den unzähligen Bedrohungen der Galaxie schützen könnte. Die Vision des Imperators für die Menschheit war sowohl ehrgeizig, aber auch ein bisschen utopisch. Er sah eine Zukunft, in der die Menschheit geeint und stark war, in der Wissenschaft und Technologie florierten und in der die Menschheit ihre rechtmäßige Rolle als dominierende Spezies der Galaxie einnahm. Ein zentrales Element seiner Vision war die Vereinigung der Menschheit unter einem einzigen Banner. Der Imperator glaubte, dass die Fragmentierung der Menschheit in unzählige konkurrierende Fraktionen und Planetenstaaten eine Schwäche war, die überwunden werden musste. Nur durch Einheit konnte die Menschheit die Herausforderungen und Bedrohungen der Galaxie überstehen. Um dies zu erreichen, startete er den großen Kreuzzug. Eine gewaltige militärische Kampagne, um die verstreuten Menschenwelten zu vereinen und unter die Herrschaft des Imperiums zu bringen. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Vision war die Förderung von Wissen und Technologie. Der Imperator wollte eine Gesellschaft schaffen, die auf Vernunft und Fortschritt basiert, frei von den Fesseln des Aberglaubens und der Rückständigkeit. Er förderte die Erforschung und Nutzung fortschrittlicher Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern und das Imperium zu stärken. Dies beinhaltete auch die Schaffung der Space Marines, der genetisch verbesserten Supersoldaten, die als seine unaufhaltsamen Krieger dienten. Der Imperator war ein sehr großer Gegner von übernatürlichen Einflüssen, insbesondere von den Mächten des Chaos. Er glaubte, dass diese Mächte eine ständige Bedrohung für die Menschheit darstellen und dass nur eine aufgeklärte und vernünftige Gesellschaft in der Lage wäre, sich ihnen zu widersetzen. Tja, hätte er das mal gemacht, dann wäre die Lore anders verlaufen. Naja, zu den Fehlern kommen wir nachher. Aus diesem Grund war er entschlossen, jegliche Form von Hexerei, Dämonanbetung und religiösem Aberglauben auszumerzen. Und normalem religiösen Glauben. Nicht nur dem Aberglauben, auch wenn das teilweise Hand in Hand geht. Ja, und trotz seiner edlen Ziele und seiner Vision für eine bessere Zukunft für die Menschheit, war auch der Imperator nicht ohne Fehler. Würde irgendjemand im Internet meinen, nicht ich. Inquisition, lass mich in Ruhe. Seine Entscheidung und Handlung hatten oft weitreichende und katastrophale Konsequenzen. Einer der größten Fehler des Imperators war seine autoritäre Herrschaft. Seine strenge Kontrolle und sein unnachgiebiger Führungsstil führten zur Unzufriedenheit und Rebellion innerhalb des Imperiums. Dies zeigte sich besonders deutlich in der Horus Heresy. Einen blutigen Bürgerkrieg, der von seinem Lieblingsprimarchen Horus angeführt wurde. Der Imperator setzte großes Vertrauen in seine Primarchen. Seine genetisch verbesserten und geformten Söhne, die als seine Generäle und Anführer der Space Marine Legion dienten. Viele von ihnen waren jedoch fehlerhaft oder anfällig für Korruption. Grüße gehen raus an Lorga. Moin. Dies führte letztendlich zur Horus Heresy, als mehrere Primarchen sich gegen den Imperator wandten und sich dann den Mächten des Chaos anschlossen. Plan 1 hat nicht funktioniert. Der Imperator unterschätzte die Gefahr, die von diesen mächtigen Individuen ausgingen und seine Unfähigkeit, ihre Loyalität zu sichern, war ein schwerwiegender Fehler. Dieser Krieg führte zur Spaltung des Imperiums und zu einem massiven Verlust von Leben und Ressourcen. Und geilen Hauptfiguren in den Büchern. Der Imperator unterschätzte die Komplexität und die Tiefe der menschlichen Natur. Seine Versuche, die Menschheit zu einer rationalen und aufgeklärten Gesellschaft zu formen, stießen oft auf Widerstand und Missverständnisse. Viele Menschen sehnten sich nach spiritueller Erfüllung und fanden Trost in Religion und Aberglauben. Der Versuch des Imperators, diese Elemente auszulöschen, führte zu noch mehr Spannungen und noch mehr Konflikten. Der Imperator hielt sich oft von seinen Untergebenen und der breiten Masse der Menschheit fern. Er kommunizierte selten direkt und war in vielerlei Hinsicht eine entfernte, fast mythische Figur. Diese Distanz führte dazu, dass viele seiner Absichten und Pläne missverstanden oder missinterpretiert wurden. Eine offenere und zugänglichere Führung hätte möglicherweise, aber auch nur vielleicht, viele der Konflikte und Missverständnisse vermeiden können, die letztendlich zum Untergang seiner Vision beitrugen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ein weiterer bedeutender Fehler des Imperators war seine Unnachgiebigkeit und Gnadenlosigkeit gegenüber denen, die er als Bedrohung für seine Vision betrachtete. Er zeigte wenig Toleranz für abweichende Meinungen oder Versagen und war oft bereit, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um seine Ziele zu erreichen. Diese Härte führte zu zahlreichen unnötigen Opfern und schuf eine Atmosphäre der Furcht und des Missvertrauens innerhalb des Imperiums. Und ja, ich höre schon die Kommentare mit, das war doch alles Teil von seinem Plan, der weiß, was er macht. Das muss alles so passieren, damit das am Ende so aufgeht. So quasi wie bei Endgame, beziehungsweise Infinity War mit Doctor Strange und den eine Million Möglichkeiten und so weiter und so fort. Er hat alles richtig gemacht und ich glaube, das ist nicht so ganz sein Plan. Also so wie das Ganze jetzt geendet ist, das ist ein bisschen schief gelaufen. Aber hätte alles geklappt, wäre die Grimdark Future nicht so Grimdark, die Bücher wären ein bisschen anders und außerdem sind die Chaos Space Marines doch auch richtig, richtig nice aus. Was hältst du denn vom Imperator der Menschheit und vor allem von seinen Plänen? Schreib dafür gerne einen Kommentar. Lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn du das noch nicht gemacht hast und Schande über dich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video. Wenn du Fragen über das Warhammer 40k Universum hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich lese mir das durch, ich versuche dein Video zuzumachen. Und ja, der Imperator beschützt und ciao, ciao.